Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal von Gaming und heute gucken wir uns mal ein bisschen die Version 1.20.1 an auf meinem Kopf nicht wundern ich spiele das hier mit Shader also es ist nicht alles so wie es jetzt hier aussieht auch der 1.20 also nicht Wunder erst mal hier direkt einstellen muss ist das hier ein bisschen runter hier seht ihr es auch noch mal also ich spiele es mit Optifine und hier in meinem Kopf 1.20.1 machen wir mal hier schnell müsste es glaube ich richtig sein gell wenn nicht dann ist es egal so wir sind hier in irgendeinem kack Schneebio ich hasse diese Dinger aber egal wir bauen erstmal Holz ab wie jeder normale Mensch und was ich auch mal machen könnte ist mir Ton an Momente Leute okay ich habe es geregelt ich habe es geregelt so jetzt funktioniert der Sound ja müsste bei euch auch genau jetzt ist mein Mikrofon auch besser ich hatte nämlich gerade noch eine andere Software womit ich mein Mikrofon halt verbunden habe und ja deswegen war das gerade wo ist jetzt der vierte auf jeden Fall weiß gar nicht man ob ich jetzt hier alles so habe wie es auch wirklich ist wie es auch wirklich ist machen wir uns erstmal eine Bergbank so platzieren wir die mal machen uns X und machen uns erstmal eine Axt so können wir auch Mann also können wir uns auch mal ein Schwert machen und eine Pickaxe haben wir das auch schon gemerkt so können wir mal hier ein bisschen erkunden weil ich habe absolut gar keine Ahnung was es alles so Neues gibt also ich weiß auf jeden Fall dass es neue Biome gibt, glaube ich also, hat man auch schon in das ähm 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 Geistes in Dings gesehen und dass es auch so irgendwie jetzt voll die hohen Bäume gibt äh da sind ja vor allem mal voll die mega hohen Bäume äh, ja, aber ich bin hier... Perfekt Perfekt, perfekt ja komm am besten noch ganz nach unten Komm mich hier bitte wieder raus. Ich sterbe gerade. Ah. Aua. Lass mich raus. Ja, ja, ja. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das doch nicht. Boah. Ich hab's geschafft. Wenn wir gerade schon einmal hier unten sind, können wir auch nach unten graben. Geh weg, du blödes Eis. Was ist das hier? Ist das Stein? Ah, es bruchsteil. Achso, das sieht bei mir an. Achso. Leute, das ist Bruchstein. Das sieht bei mir wegen dem Shader anders aus. Also Leute, nicht wundern. Die Sachen sind ein bisschen anders als sonst. Einfach deswegen, weil ich halt einen Shader drin hab. Ich finde aber, mit einem Shader spielen ist besser. Weiß ich eigentlich. Kann man hier kurz gucken, was für einen Shader ich drin hab. Also ich hab hier auch animierte Dings da. Rund Kontrast. Ja. Und das habe ich nicht drin, weil das Grüne einfach nur scheiße aussieht. So. So. Könnte ich auch mal tatsächlich entfernen. So. Dadurch können wir erstmal eine Stein-Pick-X machen. Abwenden wir hier mal kurz alles auf Stein. So. Äh. So. Ein Schwert. Äh. So. Perfekt. Dann haben wir das. Dann haben wir das. So. 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 Ich hasse Schnee. 1.19. 1.19. 1.19.2 oder so. Oh. Fast runtergefallen. Oh. Chimane. So. Chimane. Chimane. Autsch. Ja komm. Guck mal. Also sind direkt wieder kackt Zombies. Hallo. Kommen sie her. Oh. Oh. Fisch. Leute. Pisst euch. Aua. Ich hab kein Essen. Ich bin so arm. Ich bin arm. Also ich muss. Leute. Ich muss jetzt echt mal nach Essen suchen. Ich brauche unbedingt Essen. Hm. Nein. Nein. Lass mich Schnee. Ich will nicht eingesunken werden. Das ist Bruchstein. Äh. Stein. Gell. Ja. Ey. Ich bin auch so in einem Kackdienst gelandet. Alter. Da ist Kohle. Und da oben auch. Äh. Komm. Wir holen uns die Kohle mit. Die Kohle. 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 Oh. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich sterben werde. Leute. Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich sterben werde. Aber. Oh. Das Essen. Essen. Kommen sie. Ey. Jetzt springen. So. Ich glaube, ich springe einfach mal ins Wasser. So. Ach. Hier ist ja Eis. Ne. Stimmt. Drauf. Ähm. Stein. Ich brauche mich jetzt mal kurz mit Stein darüber. Bringt ja auch sehr viel, wenn ich nur so wenig habe. Moment mal. Achso. 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 Ey Leute. Ich will echt. Ey. Das geht einem auf den Sack. Diese Qualität hier. Maximum. Machen wir mal kurz das hier. Damit das hier nicht so überlastet ist alles. Eigentlich würde ich das jetzt rausschneiden. Aber ich habe keine Zeit, das rauszuschneiden. Besseres Gras. Hm. 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 Funktioniert schon. So. Äh. Was mir einfach nur fehlt, ist kack Essen. Ich habe kein Essen. Kann das Wasser hier eigentlich mal verschwinden. Wenn ich das jetzt abbauen müsste, hier gleich irgendwann Wasser kommen. Oh. Wie hoch geht denn das Wasser, Alter? Hm. Nein. Ach. Egal. Ich hole mir kurz hier das Essen. Eten. Kommen sie zu mir. Ich muss dann mal ganz schnell hoch. Oh. Wie viel? Kommt her. Kommt her. Die kommen jetzt. So. Habe ich dreimal das? Dann kann ich mir kurz mal hier ein Oath machen. So. Ein Ofen. Ja. Mir fehlt ein Stein. Jetzt kann ich den Ofen machen. Perfekt. Jetzt habe ich keine Kohle. Hm. Benutze ich einfach hier diesen Stick. So. Stick rein und das. Dann machen wir das mal hier kurz im Ofen. Ne. Mein Ofen sieht auch sehr gut aus. Och man. Das war viel zu wenig. Gut. Dann kommt hier ein Holz rein. Na. Ihr Fischis da unten. Ihr seid auch gleich dran. Wenn ich noch Hunger habe. Ja. Packen wir hier mal noch einen rein. So. Erstmal essen. So. Zack. Dann haben wir nämlich ein bisschen Essen. Wir haben auch tatsächlich Bäume. Also wir können auch Bäume machen. So. Bäume machen. Ich meinte pflanzen. So. Kommt her ihr Fischis. Leider müsst ihr sterben. Beziehungsweise totgekitzelt werden. So. Habe ich eingesammelt. Okay. Kommt her. So. Die alle abhauen. Du bleibst hier. Ja. Der andere Fisch darf abhauen. Ein Essen. Dann habe ich den auch. Oh. Da ist ja Kohle. Dann kann ich. Das nehme ich jetzt aber. Kommen sie. Kommen sie. Die Welt wird gespeichert. Ja. Ist das eigentlich auch neu, dass die Welt gespeichert wird? Weil normalerweise wird das nie angezeigt. Gezeigt. So. Auf eine Art und Weise ist die 1.20 geil. Aber auf eine andere Art und Weise ist auch alles gefühlt neu. Dip, 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 dip. Oh nö. Es ruckelt wieder. Mein Spiel kommt wieder nicht mit. Kohle, kommen sie. So. Es wird Nacht. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ist das eine Höhle? Glaube schon. Ich hasse Nacht. Ich hasse Nacht. Hey Leute. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann ein bisschen Dings suchen. Eisen. Und ich würde einfach hier jetzt sagen, dass ich das Video beende. Wenn es euch gefallen hat. Ich gehe nicht da rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut trotzdem noch mein Discord-Server vorbei. Hier so einen unten in der Videobeschreibung verlegen. Ich habe einen traumhaften Tag. Heute und ich euer Sander. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.